Ich bin für Libanon angetreten, um auch die Skate-Szene dort zu pushen, also zu unterstützen. Es gibt in ganz Libanon, glaube ich, nicht einen richtigen Skatepark. Und als ich das libanesische Komitee besucht habe, haben die mir auch die Hilfe zugesichert, dass wir da Projekte machen können, um auch dort die Szene zu unterstützen, weil Skaten ist super einfach. Man braucht wirklich nur ein Skateboard. In erster Linie ist natürlich mein Ziel, so weit wie möglich zu kommen. Ich versuche jetzt erst mal unter den besten 50 Skateboardern der Welt zu landen. Das ist keine einfache Sache.